Großer Raum, fast 30 Minuten im Part, da hat der Miko Angst und musste den letzten Part beenden. So ist das nun mal, ne? Dafür geht es jetzt weiter. Willkommen zurück. Ich bin gespannt, worauf es hier hinausläuft. Wir werden Odin wahrscheinlich besiegen, kriegen wir seine Esper-Fähigkeit? Oder dürfen wir wieder mehrere Fahrstuhle, äh, mehrere Etagen abklappern, um hier irgendwie eine Brücke zu erschaffen? Weiß es nicht. Wir sind mitten im Turm, im Kapitel Der Letzte König. Mal sehen. Noch mehr Fahrstuhle. Dabei ist das nicht mehr Stuhl, aber es ist eine Fahrplatte. Odin wartet auf ganz oben, Barnabas. Wie lange es noch geht, ihr habt keinen Schimmer, aber finden wir jetzt einfach gemeinsam hier noch heraus. Oh, es geht direkt, oder, oder, es geht direkt los. Und jetzt steht er da einfach als Odin. Das wär's. Nee. Wir dürfen gerne eine Kugel kämpfen. Was bist du? Kontrollmodul. Das ist ein Boss? Wirklich? Ich will mich nicht beschweren, ne? Fortschloss? Ich glaube, das will ich nicht in der Nähe. Komisches Teil. Wirklich. Reif an. Oh nein, was? Ja, ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall aufhalten. Alter. Ja, ja. Ja, ja. Weißt du, das ist kaum, kaum runter. Und jetzt ist schon halb tot. Was? Mit Schild und Schweren, natürlich. Ja, komm, verwandeln einfach. Ich habe los, Togger. Ich habe los, Togger. Nein. Ein guter Angriff, verschwendet. Aber die wollen, das ist wirklich ernst hier, ne? Eiei, 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 Goldgiganten. Sind wir oben angekommen? Wohl nicht vollends, oder? Ja, nun, die Krone. Gut, wir wurden geheilt. Wie hoch ist denn der Turm, bitte? Der hört und hört ja nicht auf. Du bist hier. Ich spüre es. Ich stehe ihn gleich auf. Die Klinge will gefüttert werden, damit ihre Schneide scharf bleibt. Mörder. Die Klinge werden von einem goldenen Vlies gesegnet worden. Nur um ihre eigene, kümmerliche Existenz ertragen zu können. Vorurteile und Hetzerei, Zerwürfnis und Konflikte. Alles Schlechte dieser Welt entspringt der Bosheit des menschlichen Herzens. Bosheit, geboren aus dem Schmerz und dem Leid des freien Willens. Er ist es, der euch von eurem ersten bis zu eurem letzten Atemzug zerfrisst. Du irrst. Er zerfrisst mich nicht. Er macht mich aus. Jede Entscheidung, selbst eine falsche, treibt mich erst voran. Also laufe ich weiter. Nicht als Marionette. Als ein Mensch. Was bist du? Auch ich habe einst in solch einfachen Strukturen gedacht. Was? Vor langer Zeit schenkte Gott der Menschheit die Gabe der Magie. Und mit dieser Gabe schuf sie herrliche Zivilisationen. Doch mit der Zeit verlor die Gabe Gottes ihre Bedeutung. Die Ära des Gemeinsinns wandelte sich zur Ära der Habgier. Für Schwerter und Flammen wandte der Mensch sich vom Schöpfer ab und beschwor durch sein Tun die Fäule herauf. Dennoch behielten einige wenige weiterhin den Blick auf den Himmel gerichtet. Und sie beteten zu Gott, dass er sie zurück zum Pfad des Rechts führe. Der Herr erhörte sie und antwortete. Den Würdigen werden sich die Tore des Paradieses öffnen. Also streckte ich meine Arme weit aus und ließ meine Seele in die Wogen des Äthers gleiten. Ich gab mich dem Schöpfer hin. Du bist wahnsinnig. Er nahm mein Opfer an und sprach zu mir. Nur wenn ihr Sterblichen lernt zu dienen, sollt ihr Erlösung erfahren. Siehst du, das Paradies liegt nur einen Schritt von uns entfernt. Wieso zögern wir noch? Wir müssen unsere alten Sünden von uns abstreifen. Denn nur jene mit reinem Herzen werden Einlass in die neue Welt erhalten. Ich werde uns retten. Doch alles beginnt und endet. Mit dir. Du bist der Schlüsselmythos. Und ich werde dich ihm darbieten. Ein neuer Beweis für meinen Glauben. Du hast dich selbst aufgegeben. Nur um deinem Gott zu dienen? Sag mir, nennst du das Leben? Das, wonach du strebst, ist keine Erlösung. Das ist Verdammung. Zu leben bedeutet, frei zu sein. Ohne eine Wahl gibt es keine Existenz. Wenn du meinst, dann komm. Zeig uns die Stärke deines Willens. Die Stärke meines Willens wird nicht ein Ende sein. Sondern die Schwäche deines. So Jokasak, sondern die Schwäche deines. Ei, ei, ei. Du hältst deinen Willen für stärker? Wer weiß es. Oh, der hat so viel Leben, ne? Bevor dieser Tag endet, wirst du die Wahrheit erkennen. Boah. Natürlich weicht er da aus, Alter. Alter. Weil ich ein Mensch bin. Ich weiß nicht, der hat das noch nicht gemerkt. Da soll ich weg. Woah, 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 vorsichtig. Wow. Danke. Danke. Der bleibt noch nicht lange gebraucht, kann das sein? Gott hat dich als seinen Leib erwählt. Und doch hältst du an deiner falschen Hoffnung fest. Aber es gibt keine. Scheiße. Schon im Bedrängnis? Schon im Bedrängnis? 많이 ashamed, hörst du nicht? Ja. Erstmal. Wir können beginnen. hat sich aufgelöst Du kennst den Weg zur Erlösung Nun musst du ihm folgen Befreie dich, Mythos Sonst wirst du mich niemals besiegen Abwarten Deine Liebe ist wirklich noch teuer zu stehen, Kopf Ziggas er ist bald wieder gebrochen oh gott das wird wehtun der physiologische auszuweichen du hast schon verloren als du dich von uns abgewandt hast als du dich von der wahrheit abgewandt hast wir sind nicht so schwach wie dein gottes glaubt du hast ich habe das Junge, wie der muss sein Schwert alles weg und weg gemacht? Der hat einiges zu kompensieren. Ich weiß genug! Du wachst es! Hast du deine Schwäche selbst zur Waffe gemacht? Verzeih mir! Verzeih mir! Schon erschöpft, Mythos? Dein störrischer Trotz erregt mein lang erstarrtes Herz! Fällt es mit einer Freude, die ich seit Ewigkeiten vermisse? Welch Genuss! Der verlockende Kuss zügellosen Vergnügens! Ein Traum, den ich verloren geglaubt hatte! Und nun, da dieses süße Gift draußen durch meine Adern strömt, werde ich es bis zum letzten Tropfen genießen! Beweise deinen Waffe mit uns! Ich will an dir verbrennen! Ach du Scheiße! Oh nein! Ich muss halt in der Schale erledigen! Komm, ich muss einfach! Oh nein! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Junge, ist doch mal gut! Junge, ist doch mal gut! Woher willst du wissen, dass diese Erlösung kommt? Du bist immer was! Du bist der Beweismythas! Deine Existenz allein ist Zeugnis des göttlichen Vergnügen! Der ist ja voll Geisterfrank! Du bist der Beweismythas! Wirst du seine Macht denn nicht erfahren? Ja! Ja! Mein Herz! Mein Herz! Mein Herz singt! Wie an dem Tag, als ich mir Asana nahm! Ich konnte nicht... Ich hab gedrückt! So viel! Haben bereits nach meiner Krone getrachtet! Doch keiner hat sie mir vom Haupt nehmen können! Ich würde mich hier gerne verwandeln, aber ich darf nicht! Hast du die Kraft? Hast du den Willen? Ja! 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 Ich! Ja! 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 Dieser Rauf! Ich bin dein Rytos! Nun empfange deinen Preis! Wow! Der ist komplett kaputt, ist der Typ! Hahaha! Nix! Hahahaha! Hahaha! Hahahaha! 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 Der macht ja einen richtigen Cupput. Habe ich doch noch getroffen. Okay, jetzt erst mal den wirklichen Super-Truck nehmen muss. Alter, was ist mit dem los? Steinhaus und ich komm. Oh, okay. Oh, oh! Der Tag neigt sich dem Ende. Und die Wahrheit zeigt sich. Ich war es, der sich durchgesetzt hat. Mein Wille hat gesiegt. Dein Wille? Nein. Es war seiner. Clive Rosfield! Clive Rosfield! Barnabas Bezwungen Dunkelsplitter